ein baby niches und goldenes niches hallo und am herz kommt wieder in einer folge ich guck gerade die wolver show aber da betteln sich irgendwelche wolver interessiert mich eigentlich nicht so dolle aber irgendwie ist es immer lustig wie die ihre köpfe werfen aber ich das ist nicht für babys hier und ich hab da die ganze zeit noch eigentlich die ganze zeit minecraft dabei aber da explodiert hat ein creeper direkt in meiner nähe also habe ich pause und werde einfach speichern und kreaturen ausschalten ich bin richtiger aber leute ich muss das gleich meinem kumpel erzählen aber wir wollten uns am kindergarten heute mal wieder treffen glaube ich habe ich so verstanden aber ich bin richtig froff im garten hier ich gehe bevor wir noch mal bevor ich zum kindergarten hingehe gehe ich noch mal in den pool das ist so angenehm leute ich habe in den pool meine box habe ich gedroppt hier guck und da kann ich so richtig cool schwimmen ich habe euch den letzten gar nicht so richtig gezeigt aber hier ist mein trampolin da oben darf ich aber nicht hinweist und hier ist meine liege also eigentlich die von meiner mama Saisena und nein meine box ist immer platzierbar und nö jetzt habe ich das mag eigentlich Saisena aber jetzt haben wir hier auch noch einen größeren See und ich muss mir ein bisschen Gemüse holen sagt meine Mama also hol ich mir ein bisschen Gemüse und vielleicht sehe ich das Cent noch schon Cent ich bin schon in meiner Kuppe ok ich muss noch ein bisschen absahmen das Problem ist meine Mama wird richtig sauer sein ich habe ein Block bei ihr kaputt gemacht da wird sie mal ganz ja ja ich bin ich bin ich muss ich muss anpflanzen ja ja das sagt meine Mama immer anpflanzen ist sehr gut für die Gesundheit wirklich? ja so nein aber du hast doch immer schon Schokolade ist gut zu dir deine? oh aber ja Schokolade ist gut zu mir ich habe etwas böses gemacht ich habe etwas böses gemacht hier guck mal hier guck mal ein Dirtblock nein guck mal ich habe einen Dirtblock gemacht nicht abmachen was kann ich machen was kann ich machen ich fahre schon mal warte auf entschuldige Schaufel da hast du eine Schaufel? ja die hat mein Knöcker noch warte kurz wo soll ich denn mein ganzes Zeug Babyzeug hinlegen diese Ernte oder was das ist? was ist das überhaupt? Leute ich meiß das einfach hier in die Ecke und den kann man das da überhaupt essen? ich glaube schon ich nehme mir das hast du gerade kurz? so da legen wir mir die Karaten an aber ich mag eigentlich viel mehr Schokokekse und hier habe ich noch meinen Weizen keine Ahnung was man da mitmacht und rote Beete ich glaube in Weizen kann man doch eigentlich dieses Zeug da bauen was nicht irgendwie Brot nennt ey du kannst ich habe eine Schaufel geholt ja warte gib die mir mal und na mach du das selber ich mach das ich mach das ja 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 ich wollte ja gerade sagen dass du das machen darf oh 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 ich glaube ich habe noch meine Töne an Musik und Geräusche ey was geht noch hier mit oder nicht? was? ach so ich brauche das hier nochmal alle Erbe ey jetzt hast du mein Dirt kaputt gemacht ach oh nein jetzt wird Papa ganz oh nein oh nein nein mach das hier weg mach das dahin 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 gib mir schnell mein Papa wird sauer hier mach das hier weg hier 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 wie heißt das hier ach egal Leute das können wir uns ja irgendwann mal für später merken oder warte ich bin in meinem Kindergarten rum ich 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 okay ich weiß das jetzt selber nicht wie das richtig geht aber jetzt haben wir eine Dierschaufel die lege ich einfach mal hier hinten hin meine Mama räumt das eh auf mal gucken wie es jetzt im Kindergarten neu aussieht der Babysent hat ja gesagt das ist was neu ich will mir vielleicht gleich auch was beim Tierhaus kaufen und bei einer Kindergarten stoppen ja das ist mein Lieblingskindergarten ich gehe in meinen Ruhm da gibt es einen da gibt es einen Pool der ist am geilsten Pool ich komme ich komme lass zusammen spielen ja guck mal lass hier hinten spielen ich bin der ich bin der ich bin der Stevo ich bin creepy du weißt noch wie das Spiel kommt ich muss hier jetzt weiter gehen du weißt noch wie das wir gehen alle wieder in eure Stadt wieso darf ich anfangen ja hier so da musst du es nein nein falsch böse böse verkackt eyy das darf man nicht sagen hab eine Mama gesagt doch verkackt darf man sagen das ist kein schlimmes Wort ok ich fang an die die ich hab noch Lila also ich fang an ich geh hier ich geh hier hin da muss der blaue Teppich hin was mach ich jetzt auch ich geh da hast du noch einen blauen Teppich und ich geh da hin warte da warte geh mal geh mal bitte ja ich bin da ich muss den Zombie hier einsammeln dann sonst nerven ich will sie gewinnen da rein und ab nein mach jetzt also ich bin ja dann geh ich einfach mal schnell hin da hin wow ja da und jetzt und jetzt nehm ich jetzt geh ich da hin he 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 so und dann leg ich hier hin weil ich ein richtig lieber Junge bin da sagt meine Mama ah kicheln ok weißt du noch kicheln ich weiße andere Stimme kicheln 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 Ich steh auch da hin. Oh nein, der ist richtig weit. Wo soll der Unschi? Ja, ich hab auch. Es war mit dem Cheat-Effekt Speed. Speed oder so. So, was war? Oh, du hast schon den Tüppich gehabt. Okay, dann... Bis dahin. Du hast brauche nur noch einen Schwitzen, dann hast du... Zwei Schwitze noch. Oh nein, dann hast du gewonnen. Oh, ich bin... Nein, jetzt hat er gewonnen, Leute. Das war kein guter Sieg. Ich hab Pferd auf Tracht. Aber ich spiele trotzdem noch, indem ich dich angreife. Nein! Doch, jetzt müssen wir hier unsere Figur hin tun. So. Das gibt's nicht. 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 Okay, was ist denn? Oh nein, er hat mich angerufen. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Warte, lass mich das machen. Hallo, sind Sie da? Was ist denn los? Ich bin ein Einbrücher. Wenn Sie mir jetzt nicht Ihr ganzes Geld über Ihren Kredite geben, dann komm ich wieder nach Hause und dann gibt's Stress. Äh, ich bin ein bisschen weg. Ich bin ein bisschen weg. Okay, komm, wir gehen jetzt mal zum... Ja! Zum Kiosk. Oh, wie dumm. Ja, ja, zum Kiosk. Ich geh jetzt zum Kiosk. Ich geh jetzt... Das Wetter ist nicht... Ist wieder am Regnen. Hat dein Papa nun nicht voll die Nerven davon? Ah, du hast das. Ich nehm hier mal 10 von den goldenen Äpfeln. 10 mal 66 Euro. Das sind auch mal. Ich hab... Ich habe... 100 Euro dabei. So, ja, ich hab... Ich hab... Ich hab 64. Also einen Stack. Wie mein Papa immer sagt. Ich hab einen Euro. Einen Euro? Ich hab 100 Euro. Ja, ich leg mal hier kurz mal... Wenn ich mir einen tauchen... Jungenkoppel, ich mach Gold. Äpfel. Und zwar... Ich hab 10 hochgolne Äpfel. Ich hab 10 hochgolne Äpfel. Und meine Cookies, ne? Aber ich leg mal alles weg. Aber ich leg mal alles weg. Wie kostet das denn? Das kostet 5,90. Da steht doch der Preis dran. Aber wie kostet 10 Stück? Äh, ja. Und du ausreichst denn... Ich... 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 Lecker. Mmmh... Der schmeckt doch mega gut. Oder? Mhhh... Es ist ganz wert.. Macht 5,99 Euro. Comm. Ohaaa, die schmecken aber so lecker. Buaaah.. Ich muss noch mal... address. Ach... Boah das ist ja kaum auszuhalten oder? Das ist wie Zünfys alls亮. Nein. Ich... Das ist jusslistig. Uah.. Ist das also... Ok. So... Ey. Mich das du auf ein? Du Awak agency.. Ich sag schon. Hier, guck, nimm einen Villager. Hier, kriegst du. Nimm. Ich habe den Villager jetzt auch einen gegeben. Oh, das ist ja gut. Ich weiß. Oh, lecker. Das ist ja kaum auszuhalten. Ich habe mir jetzt auch mal eine 60 Dollar gegeben. Ja. Ich lege Jamie auch einen in die Truhe. Hier, so. Der kriegt auch einen goldenen Apfel. Hier. Oh, die machen mich hier voll stark. Mama hat das. Äpfel und Äpfel. Gebürze und O's macht einen voll stark. Aber das ist voll schwer aufzuesen. Nochmal. Ein Hieb. Oh, lecker. Nein, 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 nein. Du hast ja gerade drei Hieb voreinander gegessen. Das war. Baby, bist du da? Ich habe alle gegessen. Nein, der ist in Urlaub mit Jillix. Ähm, mit Baby Jillix. Okay, Leute. Okay, Leute. Das war es mit dieser Folge. Wir sehen uns bald wieder. Und ciao. 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 Ciao.